Ja, jetzt kommen wir zu etwas Interessanten, und zwar man kann Funktionen auch verschachteln. Das bedeutet, wir können sagen, wenn, Klammer auf, wenn das hier gleich 1 ist, dann soll er hinschreiben, Gold-Strichpunkt, und jetzt fangen wir eine Neuprüfung an, wenn, Klammer auf, A2 gleich 2, dann schreibt er hin, Silber, wieder Strichpunkt, wieder, wenn, dann wieder, A2 ist gleich 3, dann schreibt er hin, Bronze, und ansonsten schreibt er bei den anderen, Trostpreis, Klammer zu. Achtung, man sieht hier schon an der Farbe, hier haben wir eine Aufklammer, Zu-Klammer, Aufklammer, jetzt braucht man noch eine Zu-Klammer, und hier vorne ist noch eine Aufklammer, also noch eine Zu-Klammer, dann sind wir bei 3, und dann sieht das Ganze so aus, ich kopiere es runter, und schon haben wir hier entsprechend die Preisverteilung, Gold, Silber, Bronze und Trostpreis.